Janus, genau, an den Laden kann ich mich sogar tatsächlich zumindest vom Namen her erinnern. Das ist also ein Video, in dem Sharon von Atten, wie sie auch im Lied erzählt, all die Orte nochmal aufsucht in New York, an denen sie gewesen ist, Läden, in die sie gegangen ist, als sie eben 17, also 17 war. Und die sind allerdings alle mittlerweile geschlossen, wie man jetzt auch in dem Video ja zum Teil ganz gut nachverfolgen konnte. Sharon von Atten ist eigentlich aufgewachsen in New Jersey, ist dann irgendwann, wie viele Menschen wegen der Musik, dann hat sie sich getraut, nach New York zu ziehen und hat dort angefangen, Musik zu machen. Ein Wendepunkt, denke ich mal, in ihrer Karriere war, dass sie irgendwann Aaron Dessner von The National kennengelernt hat, den Gitarristen, der quasi angefangen hat, auch ihre Musik zu produzieren. Dann ist sie auch auf dem wiederum befreundeten, von Bon Iver gegründeten Label Yag Yagoua oder so ähnlich gelandet mit ihren Platten und hat, wie ich schon vor dem Video sagte, Platten aufgenommen, die alle immer sehr unterschiedlich waren. Am Anfang, so habe ich jedenfalls gelesen, das ist ganz interessant, auf Wikipedia in ihrem Eintrag steht drin, dass ihre Songs ganz ungewöhnlich sind, weil sie quasi keinen großen Refrain komponiert, das wird als etwas ganz Besonderes dargestellt, sondern das ist meistens eher so, sich aus sich heraus entwickelt und irgendwie in sich dann immer dramatischer werden, aber ohne, dass da jetzt so diese klassische Songstruktur drin ist. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil auf diesem Album ist das durchaus der Fall, aber wie das halt oft so ist bei Wikipedia, das bezieht sich halt eher auf die älteren Alben und das hat sich wohl schon mit dem Vorgängeralbum dann doch ein bisschen geändert, da kam eben auch dieser etwas klassische Stil, wie wir jetzt hier zum Beispiel auch gehört haben, auch Seventeen hat ja dann eben doch einen klassischen Refrain. Also das ist, ihr musikalischer Kompositionsstil hat sich verändert und was noch wichtiger ist, aber auch eben ihr, sie scheint eben auch ein Mensch zu sein, wir sprachen gerade schon drüber, wenn man sich langweilt mit der eigenen Musik, sie hat halt sehr viele Wandel vorgenommen, sie hat sehr, sehr minimalistisch angefangen, das Ganze wurde immer opulenter von Album zu Album, sie hat dann auf dem Vorgängeralbum schon mit Omnichord und Piano gearbeitet, hauptsächlich statt mit der Gitarre. Wer Twin Peaks geschaut hat, übrigens in der letzten Folge, spielt sie auch in der Bar einen Song von diesem Vorgängeralbum und auf diesem Album jetzt hat sich offensichtlich der Jupiter 4 in ihr Herz geschlossen, ein ganz alter Synthesizer, den sie halt offenbar in der Wohnung vor sich hatte, da wo sie mit, der Mitbewohner besaß den und der hatte es ja angetan und deswegen klingt dieses Album seltsam, finde ich. Beim ersten Hören, mein erster Höreindruck war tatsächlich irritiert, weil das Album schon an vielen Punkten klingt, so wie ich mir halt die Musik einer amerikanischen Singer-Songwriterin vorstelle, aber mit falschen Instrumenten, also sprich mit elektronischen Drums, mit Synthesizern, es gibt ein Stück, das ein bisschen rausbricht, das heißt, glaube ich, Memorial Day. Sie hat wohl auch gar nicht auf Gitarre komponiert, was sie sonst tut, sondern hat auf diesem Synthesizer oder auf Keyboards komponiert. Genau, ja, das hat sie. Aber das merkt man nicht allen Stück, also dem Stück Memorial Day, würde ich sagen, merkt man es vielleicht am ehesten an. Das klingt aber tatsächlich auch wie so ein sehr seltsamer Goth-Versuch mit so sehr sphärischem Gesang fast schon. Ansonsten gibt es noch Stücke, das fand ich ganz interessant, Comeback-Kit. Wenn man erst mal nicht mehr so irritiert ist von dem Sound, sondern noch mal richtig hinhört, wonach sich das anhört, fällt einem auf, Mensch, stimmt, es hat eigentlich auch was von Susie and the Banshee, so ein bisschen, weil sie halt eine Stimme hat, die auch so ein bisschen in dieses Düstere geht und da wird viel getrommelt. Also so ein bisschen Goth ist auf diesem Album jetzt enthalten, das liegt, glaube ich, im Wesentlichen aber an den Sounds. Die Stücke finde ich aber, gerade zum Beispiel das Stück, was wir gerade gehört haben, 17, das klingt für mich wie ein Bruce Springsteen-Song, nur halt eben nicht, wie ich schon sagte, mit den normalen Instrumenten, sondern eben mit anderen Instrumenten eingespielt. Das macht es zum Teil, finde ich, ganz spannend. Also es gibt einige Stücke auf diesem Album, die mir ganz gut gefallen und ich habe auch beim Hören so gedacht, ich glaube schon, dass sie mir besser gefallen, als wenn sie sie zum Beispiel traditionell eben mit Schlagzeuggitarre oder so arrangiert hätte. Von daher bin ich schon empfänglich für diese Art. Ich mag gerade das Stück Jupiter 4, was sie auch ausgekoppelt hat. Das finde ich zum Beispiel relativ gelungen. Das ist vielleicht auch am ehesten noch ein Stück, das ihrer alte Kompositionsweise entspricht. Da ist kein großer Refrain drin. Das würde ich allen auch noch mal empfehlen, sich vielleicht anzuhören. Das ist etwas ruhiger als das Stück, das wir gerade gehört haben. Insgesamt also ein interessantes Album, eine interessante Entwicklung. Sicherlich aber auch jetzt nicht mein Favorite in diesem Monat, ganz klar. Ja, wie ist es euch ergangen damit? Willst du jetzt mal den zweiten Morgen? Kann ich tun. Ja, auch hier wieder Zitate gefunden und Vergleiche, die mich sehr neugierig gemacht haben. Also nicht nur Bruce Springsteen, den du gerade erwähnt hast, auch Kate Bush wird irgendwo erwähnt. Also lauter so Referenzen, wo ich dachte, oh wow, spannend. Großartig auch ein Zitat, Van Etten tourt mit The National und Nick Cave and the Bad Seeds, trinkt bevorzugt Whisky und träumt von einer Kollaboration mit PJ Harvey. Da denke ich dann gleich, geil, will ich hören? Ja, es ist zwiespältig. Also mein erster Zugang war so, dass ich so dachte, oh, ich muss mich erst mal durch diesen sehr, sehr dicken 80er-Synthi-Hall-Vorhang durchwühlen quasi, so wie wenn ich durch sehr dichten Rauch in einem verrauchten Hinterzimmer von einer Kneipe mich erst mal irgendwie orientieren muss. Irgendwo las ich von ganz schön auch, musikalisch ist sie so trockeneisneblig, dramatisch wie nur möglich. Trockeneisneblig fand ich einen sehr guten Begriff in dem Zusammenhang. Was sich dann aber rausschält, wenn man durch diese ganzen Dinge dringt, finde ich glänzt oft sehr dunkel, das gefällt mir. Da gibt es so diese düsteren Synthi-Bässe eben, die glaube ich der Jupiter 4 auch macht. Manchmal erinnert das fast ein bisschen an diese Synthi-Sounds von der Low, Eno Bowie. Dann aber wieder erinnert es mich an irgendwelches Depeche Mode-Computer-Gewumse und Gegniedel, also so best and worst of 80s-Synthi im Grunde genommen. Mir geht die Stimme oft zu sehr unter. Wenn die sich durchsetzen kann, finde ich sie durchaus betörend. Und vor allem dann, wenn sie tatsächlich auch mal ein paar Sätze am Stück sinkt, das ist mir manchmal auch zu sehr zerhackt. Ich finde es insgesamt zu überfrachtet produziert wieder, aber eben nicht so billig überlackiert wie jetzt bei Rogers, sondern mehr so mit dunkelgrün schimmerndem Vinyl überzogen. Ist alles so ein bisschen verschwommen, traumhaft, passt sehr gut zu Twin Peaks, finde ich. Würde aber auch sehr gut zu so einer dystopischen Vision wie Blade Runner passen. Ist mir am Ende ein bisschen zu wenig konkret und ein bisschen zu inkonsistent beim Hören des Albums, aber ich verstehe, dass das eine gewisse Faszination ausübt auf Menschen. Zum Beispiel auf Aline, oder? Schauen wir mal, was sagst du denn? Ja, also was mir zuerst aufgefallen ist, was auch noch nicht genannt wurde, ich habe sofort Anna Calvi gehört und das ist tatsächlich auch derselbe Produzent. Da muss ich dann einmal googeln und James Congleton oder so. Und das habe ich halt rausgehört, das hatten wir vor ein paar Sendungen mal. Ich habe ab und zu auch Nick Cave rausgehört, ein bisschen Portis Head, aber nicht in der guten Version. Mir ist das alles ein bisschen, ja, Streicher, Sintis, Teenage Angst, ja, ist auch nichts Neues darüber zu singen. Und trotzdem abwechslungsreich. Was singt sie denn noch über Teenage Angst? Also sie hat ja super über diese ganzen düsteren Themen gesungen. Und ist ja jetzt angeblich, nachdem sie Psychologie studiert hat, frisch verliebt ist, ein Kind bekommen hat, singt sie ja angeblich über lauter positive Themen. Ja, aber es klingt ja auch nicht so, oder? Naja, also so positiv, also ich meine, wie sagt sie hier, Comeback Hit geht es darum, dass es frustrierend ist, dass sie in ihrer Heimat immer noch als das Kind von früher gesehen wird. Ist jetzt auch nicht so positiv. Naja, und sie jammert auch, dass alle ihre Clubs zu haben, die sie mit 17 besucht hat. Also so positiv und hey, ist es dann auch nicht. Ja, dieser sphärische Teil ist mir aufgefallen, den fand ich teilweise ganz gut, aber in wie viele Songs sind drauf auf der Platte, 10 oder 13, da war es mir dann einfach wieder zu viel. Ich fand sie tatsächlich besser, als ein bisschen mehr Gitarre mit dabei war. Also ich kenne sie nicht gut, ich kenne ein paar alte Songs, da fand ich sie irgendwie ein bisschen reifer, ein bisschen runder und das ist mir zu sehr, ja, ich lege die Sinti schon. Ich habe auch immer noch einen Lohn drauf. Ich, mich langweilt das auf Dauer. Also für ein, zwei Songs ist das voll gut und ich mag sie dann auch und dann ist es aber, ist es abgefrühstückt. Ein Song, der mir, oder Songs, die mir positiv aufgefallen sind, ist der Opener, I Told You Everything. Den fand ich sehr gut. Also das hat mir... Der verschleppte Stück, ne? Ja genau und da dachte ich so, okay, jetzt bin ich gespannt, ich öffne mich, was passiert jetzt und dann passierte nicht so viel. Also ich habe ja schon was entdecken können, aber mit mir hat es nicht viel gemacht. Und einer der letzten Songs ist Stay, der ist ganz zart und ganz zerbrechlich. Das fand ich dann wiederum extrem spannend zu hören, weil ich wirklich immer denke, man muss diesen Song auch vorsichtig hören und das hat mir Spaß gemacht. Aber ansonsten, es ist sehr beliebig wieder alles. Also tatsächlich, den ersten Song fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Da hat es mich auch ein bisschen erinnert, es erinnert mich auch so an so große amerikanische Songschreiberin wie, na, jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, Sam Phillips, weiß nicht, ob ihr die kennt zufällig. Die hat auch einige sehr spannende Platten gemacht und da hat es mich auch ein bisschen daran erinnert, wobei die klanglich nochmal anders ist wieder, aber ein Album, auf dem man viele interessante Sachen entdecken kann. Das passt ganz gut zu dem etwas aufgeräumten Cover, was wir da im Hintergrund vielleicht ab und zu schon gesehen haben. Remind Me Tomorrow heißt das Album und ja, die Frage ist, wie viele Punkte geben wir? Ich bin tatsächlich, bei mir ist es schon sehr schwer, aber ich neige dazu, weil ich eben auch einige Sachen nicht so gut finde, auf dem Album auch hier tatsächlich drei Punkte zu geben. Da schließe ich mich an. Auch wieder drei Punkte? Ich gebe nur zwei Punkte. Ich hatte vorher noch zwei. Ja, okay, auch drei Punkte. Also, ah, okay, auf andere Weise, aber auch diesmal gibt es quasi das gleiche Ergebnis wie bei Maggie Rogers, nur anders verteilt. Genau, ja, interessant. Gut. Sharon van Aten, Remind Me Tomorrow. Ja, erinnern wir sich morgen nochmal dran, ob das Album nun tatsächlich gut war. Oder nicht, wir müssen es uns ja auch alle vielleicht nochmal schön hören, oder auch nicht. Ähm.